So, Hallöchen meine Lieben und seid recht herzlich willkommen zu einem weiteren Overwatch Gameplay. Ich habe seit einer Weile nicht mehr Overwatch aufgenommen, deshalb mache ich jetzt hier bloß ein Quick Match. Und zwar habe ich ziemlich Bock auf Tracer gerade. Deshalb spielen wir einfach mal Tracer und schauen, was dabei rauskommt. Full DPS YOLO, die haben wir, obwohl wir eigentlich in der Defense sind. Jetzt muss ich mal kurz meine Mausgeschwindigkeit einstellen. Dieser Teracer-Skin von mir aus gesehen der Beste. Ja, ich bin immer noch nicht die beste Teracer, war ich noch nie, werde ich auch gemalt sein. Aber ich hatte einfach Bock auf Teracer und deshalb spiele ich die jetzt auch. Das war ja schon mal knapp. Was man so alles findet. Da habe ich nicht Kontakten verändern. Wow! Wee! Was man so alles findet. Oh! 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 Also, wo waren wir noch gleich? Sneaky, sneaky! Oh, und die Bombe ist ready. Das finde ich natürlich jetzt nice. Huh! Uh! Oh! 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 Da hat er zwei schöne Hits gelandet, aber es ist ja ein Teleporter da. Was? Wie ist denn das gelaufen? Ich habe mich ja auf die Seite geblinkt. Okay, er hat wohl meinen Blink abgebrochen. Okay, die Gänger jetzt. Mit Ultimate. Mit. 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 Wir haben nicht wirklich... Oh maaaannn Noch nicht mal... Okay, one shot Noch nicht mal gewoneshottet habe ich mich... Noch nicht mal gewoneshottet habe ich mich... Und wir haben gewonnen und weil es so schön war... Hängen wir jetzt noch ein Drazor-Game an. Ich finde Drazor einfach super. Wobei... Symmetra finde ich auch supergeil. Ich glaube mit Symmetra habe ich die höchste Win-Rate. Das liegt vielleicht daran, dass man nicht aimen muss mit Symmetra. Hören wir mal Symmetra. Ich hoffe wir kommen jetzt nicht ins Übungsgefecht. Das war natürlich etwas doof. Ich glaube in allen... Alles in... Wie sagt man denn da... Im Großen und Ganzen war das Game relativ okay. War jetzt vielleicht nicht das beste, aber war definitiv okay. Das Spiel wäre natürlich super. Das Spiel wäre natürlich super. Das Spiel wäre natürlich super. Was ist nicht ich? Sieh die ab! Ho, ho, ho! So... Jetzt geht es los... Wählen Sie Ihren Helden. Sombra wäre natürlich auch mal nice zu spielen, aber ich glaube da spiele ich doch lieber Tracer. Ich glaube die Teamkonstellation ist sogar ziemlich gut für ein Normal-Game. Oh, das brauchen wir nicht. So. Weeeeee. Weeeeee. Sieht so aus als hätte ich noch Zeit einfach nachforschenden anzustellen. Ich freue mich auf die Glückwunsch. Oh Mann, ich will die Koffer umwerfen. Die Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Aber die wollen nicht. Ich habe noch nie die neue Map gespielt. Sollte es euch interessieren. Wird höchste Zeit glaube ich. Die Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Und raus vom Walde komme ich her. Hi. Koffer standen. Ich brauche mal rein. Jetzt aber auch nach vorne rein. Koffer standen. Sollte man die Angriffsphase zu haben. Ich brauche. Ich brauche keine Angriffsphase. Wenn du sie das nicht tun, was wir nicht haben, leise zu haben. Nehmen noch nie mit einer Kopfreihe. Ok, nicht ganz. War ein bisschen bad. Ich bin da gegen die Wand geblinkt. Gegen die Wand blinken ist natürlich etwas doof. What? Gate of Hell würde ich das mal nennen. Symmetra ist einfach viel zu stark von mir als gesehen. Also, die neue Symmetra seit dem Rework hat sie alles, was ein Team braucht. Sie hat Damage. Sie hat Winston. Winston natürlich unter Anführungszeichen, also etwas ähnliches wie Winston zumindest. Come on. Das ist genau das Richtige für zwischendurch. Das ist genau das Richtige für zwischendurch. Das ist genau das Richtige für gewaltt. Wie möglich ist das? Das ist das Richtige für gewaltt. Die Schmuck. Ich kann das für gewaltt. Okay, der ist dort. Hey, close, aber hat geklappt. Die hat leider noch hier den gegnerischen Saria-Schild bekommen. Okay, der ist dort. Okay, der ist dort. Okay, der ist dort. Oh man, die hat die Schilder gespielt. Okay, der ist dort. Okay, der hat mich wohl nicht rausgelassen. Aber das Spiel ist vorbei, wir haben gewonnen. Ja, das sollte jetzt mal reichen. Schauen wir uns noch Play of the Game an. Das sollten wir leider nicht haben. Nö, das hat der gegnerische, ne, unser, das hat der unser Genji. Ja, heißt, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Gameplay, wobei ich werde noch eins aufnehmen, allerdings als eigenes Video hochladen. Wir sehen uns also im nächsten Gameplay. Macht's gut, bis dann und ciao.